Das. Dieser Ort kann dich verrückt machen, Apollos hat mich verlassen, und das falsche Evangelium macht es einem hier wirklich schwierig, aber Gott hat die Kontrolle von Torben Sondergaard, Barkas County Gefängnis. Grüße an euch alle da draußen und Segen im Namen Jesu. Ich danke Gott für euch aller, und ich bin wirklich dankbar für all eure Gebete und Unterstützung für mich und meine Familie. Heute ist der 21. Tag. Vor genau drei Wochen wurde ich vom FBI und der Homeland Security in Handschellen gelegt und ins Gefängnis gebracht, weil ihnen fälschlicherweise gesagt wurde, ich würde Waffen von Mexiko nach Amerika schmuggeln. Und diese verrückte Reise begann. Am Tag zuvor predigte ich das Evangelium in Orlando und hatte eine kraftvolle Zeit. Viele wurden geheilt und befreit, und wir haben über zehn Menschen auf Jesus getauft. Ich habe viele Zeugenaussagen aufgenommen, um sie mit ihnen allen zu teilen, aber dann wurde ich verhaftet und das FBI nahm mein Telefon. Jetzt, drei Wochen später, sitze ich immer noch in meinem orangefarbenen Gefängnisanzug, jetzt mit Vollbart und Haaren, und es wächst immer noch. Ja, ich sehe wirklich anders aus. Und ich fühle mich auch anders. Was für eine Reise. Es war wirklich lebensverändernd, manchmal total beängstigend und manchmal wunderschön und erstaunlich. Mein letztes war wunderschön, wie Gott mich zu Apollos, wie ich ihn nenne, schickte und ich die Ehre bekam, ihn hier im Gefängnis zu taufen, und wie ich mehrere geheilt sah und die ersten Dämonen auf dem Gefängnisboden austrieb. Siehe den Link in der Beschreibung des Videos. Seit zwei Tagen nach der Abschiebung von Apollos hat sich vieles verändert. Ich vermisse ihn wirklich. Ich vermisse es, ihn zu einem Jünger zu machen und die Gemeinschaft mit ihm in meiner Zelle zu teilen. Er war so hungrig nach Gott und wir hatten eine wirklich gute Zeit zusammen. Jetzt habe ich niemanden hier. Es gibt ein paar, die ein wenig offen für Gott sind, aber diese sprechen nicht genug Englisch, um wirklich Gemeinschaft zu haben und mit ihnen zu sprechen. Der Rest, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich tief betrübt über das, was ich hier sehe. Es gibt hier mehrere Leute, die bei unserem Bibelstudium waren, das wir letztes Mal hatten, etwas, das Apollos hatte, aber sie sind einfach nicht da, wenn es um Jesus geht. Ich bin so betrübt über das falsche Christentum, das sie im Gefängnis empfangen haben. Ich will nicht sagen, dass es Apollos Schuld war, denn viele von ihnen kamen aus dem Gefängnis, bevor sie hierher kamen. Dort wurden sie Christen und das hat sie wirklich so zerstört, dass sie jetzt zu hardcore Feinden des wahren Evangeliums geworden sind. Sie alle haben eine Bibel. Alle reden von Gott. Sie alle haben ihr Leben Jesus gegeben, wenn sie sie fragen, aber dann hört es dort auf. Sie sind immer noch in ihrer Sünde. Sie lieben ihre Sünden. Sie verfluchen Gott mit ihrem Mund und sie haben so viel Hass in ihrem Herzen. Aber ja, sie glauben an Gott und sind gerettet, wenn man sie fragt. Jede Woche kommen Leute mit Bibeln und Bibeltraktaten hierher, und einige dieser Traktate sind einfach so schlecht. Die Menschen müssen nur anerkennen, dass sie gesundigt haben, in Jesus glauben und dieses Gebet beten. Und sie haben jetzt eine Eintrittskarte in den Himmel, das ist wirklich schlecht, und das ist das Evangelium, das die meisten Menschen hier erhalten haben und an das sie jetzt wirklich glauben. Es wird nicht erwähnt, dass Gott heilig ist, keine Rede von wahrer Buße, nichts von Taufe, nichts von der Notwendigkeit, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen und Christus nachzufolgen. Und ich bin wirklich traurig zu sehen, wie dieses falsche Evangelium, das im Gefängnis gepredigt wird, so viel unter den Menschen hier zerstört hat, dass sie jetzt Feinde gegen Gott sind, in ihrem Leben, ihrer Sprache, in allem in ihnen. Ich sage nicht, dass alle christliche Gefängnisarbeit schlecht ist, sondern teile nur, was ich erlebt habe. Neulich hatte ich die Gelegenheit, mich mit einem dieser Christen hier zusammenzusetzen, ja, einem, der oft mit einer Bibel herumläuft und über Gott spricht. Ich teilte ihm das Evangelium mit, und während ich über Sünde, Buße und Jesus als den Richter sprach, stand er einfach auf und ging, und da saß ich allein in meiner Zelle, und er kam nicht zurück. Er wollte nicht hören, was ich zu sagen hatte. Es ist so traurig. Sie alle tragen den Namen, Christen, leben aber in Sünde und Rebellion. In einem Moment beten sie und reden über Jesus, und im nächsten Moment verfluchen sie Gott und alle anderen. Es ist wirklich schwer, Zeuge davon zu sein. Ich vermisse wirklich Apollos, wie ich ihnen, ne. Er war ein wahrer Bruder in Christus. Ich vermisse es, die Gemeinschaft mit ihm zu haben, wie wir es in meiner Zelle getan haben, und ich vermisse es, die erstaunliche Erlösung zu teilen, die wir in Christus haben. Auch hier gab es in den letzten Tagen verschiedene Probleme. Neulich wurde ein Insasse verrückt und schrie und trat die ganze Nacht gegen die Tür, was uns nur einst zwei Stunden Schlaf verschaffte. Er dachte, dass einige Leute hier, mit denen er gekämpft hat, Leute zu seiner Verlobten geschickt hatten, um sie zu verletzen, also war er sehr verzweifelt und rief mehrmals die Polizei und schrie, Tu ihr nichts. Tu ihr nichts. Tu ihr nicht weh. Am Ende wurde er von hier entfernt. Es war sehr schwer zuzuhören und Zeuge davon zu sein. Später fand ich heraus, dass es vielleicht alles in seinem Kopf war, dass niemand bei seiner Verlobten gewesen war, und es war nur etwas, was er in seinem Kopf hatte. Dieser Ort kann sie wirklich verrückt machen, wenn sie Gott nicht bei sich haben. Ich für meinen Teil liebe es einfach, das Wort zu haben, und ich liebe es, im Gebet zu sein. Im Wort zu sein und im Gebet zu sein, ist wie eine Zuflucht. Jesus ist der große starke Turm, auf den ich stoße, und ich bin sicher. Dort drinnen, im Gebet und im Wort, komme ich von dieser verrückten Welt weg und finde Frieden. Aber dazu erzähle ich ein andermal mehr. Ich hatte gehofft, Anfang dieser Woche eine Möglichkeit auf Entlassung zu bekommen. Stattdessen ging Apollos und es begannen verrückte Dinge zu passieren, also war meine Sehnsucht, herauszukommen und mit meiner Frau zusammen zu sein, wirklich noch größer geworden, bis zu einem Ort, der mich fast verzehrte. Ich konnte an nichts anderes denken, also stellte ich mir vor und fantasierte die ganze Zeit, mit ihr auszugehen. Es kam zu einem Punkt, an dem ich aufhören und Hilfe von Gott bekommen musste. Ich konnte nicht jeden Tag gehen, hoffen und fantasieren und dann enttäuscht werden, wenn es nicht geschah. Auch für Lene war es hart, dass sie mich auch sehr vermisst. Aber dann fing Gott an, zu uns beiden zu sprechen, und er fing an, uns an verschiedene Zeiten zu erinnern, in denen er immer treu war, wo wir Gottes Treue in unserem Leben gesehen haben. Ja, Gott war immer treu in unserem Leben. Aber sehr oft geschah es nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten, oder mit der Geschwindigkeit, von der wir dachten, dass es geschehen würde. Ich wurde auch wieder an Josef erinnert, wie er im Gefängnis war, und dort sprach er mit dem Diener und sagte, Erinnere dich an mich, wenn du zum Pharao zurückgehst, aber dann, wie der Diener Josef vergaß. So dass er zwei weitere Jahre dort verbrachte im Gefängnis. Auch wenn der Diener Josef vergaß, Gott tat es nicht. Es war einfach noch nicht Josefs Zeit. Aber als Josefs Zeit war, tat Gott das alles auf solch eine erstaunliche Weise. Ich sage nicht, dass ich noch zwei Jahre hier sein werde, aber ich sage, dass Gott die Kontrolle hat, und er wird die Dinge zu seiner Zeit geschehen lassen. Die Juden versuchten auch mehrmals, Jesus zu töten. Mehrmals hoben sie Steine auf, um ihn zu töten, aber es war noch nicht an der Zeit, sein Leben zu geben. Und als seine Zeit schließlich gekommen war, lesen wir dies, dann sagte Pilatus zu ihm, Sprichst du nicht zu mir? Jesus antwortete, du könntest überhaupt keine Macht gegen mich haben, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Johannes 19.10.11a Hier sehen wir, dass Pilatus keine Macht hatte außer der, die ihm von Gott gegeben wurde. Gott hat alle Macht. Er könnte mich heute herausnehmen, wenn er wollte, aber wenn er mich hier gebrauchen will, um das Reich Gottes weiter voranzubringen, dann bin ich dazu bereit. Ich sehe und glaube wirklich, dass er die Kontrolle hat und dass dies ein großer Segen für uns und viele andere Menschen da draußen sein wird und dass das, was gerade mit mir geschieht, das Reich Gottes voranbringen wird. Das hat mir so viel Frieden und Hoffnung gegeben, dass unser Leben in Gottes Händen liegt. Es liegt nicht in den Händen des FBI. Es liegt nicht in den Händen der Heimatschutzbehörde. Es liegt nicht in den Händen von ICE. Es liegt nicht in der Hand der Anwälte. Aber es liegt in Gottes Händen. Trotz alledem vermesse ich meine Frau, meine Familie und all unsere Freunde da draußen immer noch sehr. Ich sehne mich danach, sie alle zu sehen. Aber ich habe hier Frieden, solange Gott will. Ich werde später heute mit meinem Anwalt sprechen, und ich weiß, dass er an verschiedenen Dingen arbeitet, um mich durch eine Kaution herauszuholen. Wenn das passiert, werde ich es mit Freude empfangen. Bis dahin übergebe ich es Gott und lasse seinen Willen mit meinem Leben geschehen. Mein Gebet für die Gemeinde da draußen ist, dass das wahre Evangelium gepredigt wird, dass die Menschen wirklich ihre Sünden bereuen, sich auf Christus taufen lassen und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen und dann als wahre Jünger Christi gehen, dass sie das Leben leben, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, die normale Art von Leben, das für uns alle ist. Mein Gebet auch für alle da draußen, die an mich und meine Familie gedacht haben sie, die sie uns Segen und Grüße geschickt haben, und ich danke Gott wirklich für sie alle, die Ernte ist wirklich groß und reif. Seien sie mutig und teilen sie die gute Nachricht des Königreichs. Gott segne euch alle da draußen. Deine Liebe bedeutet mir und meiner Familie wirklich so viel. Ich könnte weinen, wenn ich an all die Grüße denke und höre, von denen meine Frau mir erzählt. Dein Bruder in Christus, ich kann bezeugen, dass ich Gott mehr liebe als je zuvor. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass er mich gerettet hat, und ich habe ein großes Komfort im Wissen, dass alles in seinen Händen liegt. Jesus, ich liebe dich und ich werde dir immer folgen. Liebe und Gnade für euch alle. Nochmals vielen Dank, in Jesu Namen Torben Sondergaard. Ich bin wirklich Dank, in Jesu Namen Torben.